Lalalala Okay, dann ist das ja gar nicht so schwer Hallo Okay Okay, hier geht's ab Jetzt werde ich hier angerauscht Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich das mit Reg dich ab, Junge Es ist überhaupt nicht kalt Muss ich nur noch gucken, wie ich die Stebe richtig einsetze Da gibt's ja irgendwie einen fiesen Trick Den ich leider noch nicht gerafft habe Der muss ja irgendwie, müsste es ja hier In die richtige Reihenfolge Ach, die heißen so Guck Kreislauf Kreis kommt dahin Trinity Jeder kennt, weiß was Trinity ist Und vier Phasen Alle Stangen sind an ihrem Platz Gut Was haben wir jetzt alles gemacht? Jetzt müsste das ja theoretisch funktionieren hier unten Eventuell Ich weiß es nicht Vielleicht fehlt mir auch noch irgendwas gravierendes Was soll ich denn noch machen? Ich muss hier mit irgendwas machen Aber woher soll ich wissen, was? Ist das nichts im Brenner, das man anzünden kann? Hier, nimm dies Okay, wir müssen irgendwas reinschmeißen Kisten Passt die da rein? Nö Ich brauche eine kleinere Kiste Ist die kleiner? Nö Was soll ich da jetzt reintun? Hab nix zum reintun Ich könnte mein Journal da reinschmeißen Boah, die Geräusche Was zünden wir denn hier an? Ist mal ohne Witz Was ist das? Das sind Steine Oder können wir das anzünden? Ist das Kohle? Vielleicht Kohle, Kohle, Kohle Das geht zumindest da rein Also warum nicht? Wie viel davon muss ich da reinmachen? Ach, das ist Kohle Nice Es brennt Haben wir es dann jetzt geschafft? Juhu So, heißt das jetzt alles funktioniert? Oh, scheiße Oh, scheiße Und ein Vieh wird auch noch auf mich lauern hier, oder? Ich renne einfach Ach, du Kacke Ach, du Kacke Aua Mann, du Bastard Boah, ey Er atmete schwer und versuchte nicht zu schreien Der Medizinschrank war umgeworfen worden Und lag zerbrochen auf dem Boden Er griff durch die zerbrochene Glastür Und griff nach allen Berührungsmitteln, die er finden konnte Das haben wir, glaube ich, schon mal gelesen Wenn mich nicht alles täuscht Monster Oh Hm Warum ist das jetzt hier, Mann? Man wird immer so bestraft, wenn man was riecht Man hat gar keinen Bock mehr, hier irgendwas zu machen Ist doch scheiße Ist doch richtig kacke Los, fahr Ach, du Kacke Sir William Smith war markiert worden Er konnte nicht wissen, dass dieser junge Mann Den er vor einigen Tagen getroffen hatte Einen solch schrecklichen Schatten warf Ich glaube, das sind wir Wir sind der mit dem schrecklichen Schatten Oh Gott, was erschreckt mich jetzt hier Irgendwas wird mich hier zu Tode erschrecken Ich weiß es genau Muss ich hier einfach irgendwann anhalten? Nö Oh Mann, hör doch mal auf Ehrlich Wann jetzt? Äh Oh shit Oh shit Oh shit Die Morgensonne strahlte durch die Pinien hindurch Und die Kutsche erreichte das Schloss Eine schwache Erinnerung an Spiegelungen Im Fenster wiederholte sich immer Und immer Geräusche Hört auf damit Nicht lustig Ach, du Kacke Das heißt, wir kommen ja nie wieder raus, ne? Ja, schön Ja, wir werden hier also elendig verrecken Warum machen wir das eigentlich? Warum sind wir nicht einfach rausgegangen aus dem Äh Halt, stopp Gefangene Die jetzt hier unten vergammeln und Zu ekelnden Monstern werden Oh nein Hört auf damit, Geräusche Ohne Witz Ich werde eine Petition starten Gegen euch Das geht so nicht Das geht einfach nicht, klar Hier ist nix zum Mitnehmen Nix Oh nein Da schreien Leute Nein, ich möchte da echt nicht hin Das ist mir zu unheimlich Ich will wieder zurück Ich will wieder rauf Bitte Och, scheiße Oh Mann Ich hab auch nix mehr, was ich noch machen könnte Um mich zu drücken, irgendwie Hallo Oh nein Wie ging das nochmal? Ah ja Äh Aufhören Ich hab noch gar nix gemacht Okay Ei, 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 ei Oh Gott Da kommt irgendwas raus Und es wird mir richtig übel wehtun Irgendso ein Gefangener kommt hier raus Ich schwöre es Es wird so sein Das ist kein Witz mehr jetzt Es wird genau so sein Ich räume das hier mal ein bisschen aus dem Weg Weil ich nämlich Angst habe Boah, ich muss das hier alles wegholen Hallo Bitte lasst mich in Ruhe, okay Ich komme in Frieden Wirklich Och, ne Was war das? Warum ist es nicht mehr her? Und warum kann ich nicht mehr laufen? Und warum ist alles gerade schlecht hier? Was war das? Ich gehe doch jetzt nicht mehr rein Was weinender Typen Warum hat der denn Gefangene hier unten überhaupt? Warum? Oh Gott, oh Gott, oh Gott Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit Ich will das mal eben anmachen, bitte Das bringt ja viel Ey, Geräusche, ne? Ihr habt mich noch nicht kennengelernt Ohne Witz Ich werde richtig sauer, wenn das so weitergeht Nein Warum sind denn Gefangene hier unten? Oh, hier ist keine Fackel drin Wie fies Nee, das gefällt mir nicht Oh Gott, ich habe Licht ausgemacht Das ist mega krass zu dunkel hier Ehrlich Da lauert irgendwas auf mich Ich kann das riechen Oh, scheiße Wie ich da überhaupt nicht lang gehen will, ne? Wie sich alles in mir dagegen sträubt Da lang zu gehen Hört euch die Geräusche an Zellenbereich 1 Geil Happy Birthday Alles in mir sagt Nein Ah, ah Und diese Geräusche sagen auch Nein War da gerade Licht? Gibt es auch nicht, da läuft einer rum in der Laterne oder so Da ist doch Licht manchmal, da Ach du Scheiße Okay Mutspore Und jetzt? Stehe ich hier Boah, ich fühle mich hier einfach nicht sicher Weil hier ist zu allen Seiten Zu Überall Es geht hier halt Oh, shit Hört ihr die fucking Geräusche? Boah, ne Ne, das geht nicht Da liegt irgendwas Und ich habe Angst Oh, bitte Hör auf zu schreien Ich gehe ja nie wieder raus Stuhl Mach was Oh Gott Ich glaube ich habe jemanden getroffen Kacke, 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 kacke Wenn ich den Hammer Was war das? Wenn ich hier den Hammer aufnehme Passiert doch irgendwas richtig Schreckliches Oh Gott Bitte aufzugreichen Oh, Mann Fick die Henne Was denn? Wo bin ich? Was war denn? Boah, ich raste aus Ernsthaft Ich raste richtig aus Jetzt kommen hier noch so Jumpscares Und man denkt Irgendwas rennt hinter einem her Oder was? Ich fickt euch alle hart Ehrlich Okay Da ist ein Monster drin Dem möchte ich nicht begegnen Okay, wer kommt und tötet mich? Heilige Los, Kerze Mach, dass es mir gut geht Oh nein Was passiert da draußen? Ein kleines Licht Ein kleines Licht Geht auf die Reise Oh, Mann Singt es leise Ah Dem anderen vor Hallo Was ist jetzt hier? Das sind nicht geile Geräusche Alles klar Da gehe ich nicht lang, wa? Forget it Tja Da gehe ich auch nicht lang Wo komme ich her? Dort Hier komme ich her Okay, okay Oh Gott Ich bin so lost jetzt hier Das geht gar nicht klar Und ich habe ja auch kaum Öl Da ist doch nicht Mich verarschen Was ist denn hier? Holy crap Warum? Boah Hör auf! Du ekelhaftiger Ernsthaft Mann Ich muss da wahrscheinlich lang Aber da ist doch ein Monster drin Hab ich doch genau gehört Fick die Hände, Mann Nöhehehehhehhehhehhehheh Untertitelung des ZDF, 2020